Wie würde dein perfekter Samstag aussehen? Lange ausschlafen, dann ein richtig geiles Frühstück, dann mich mit Freunden treffen und abends vielleicht noch in irgendeiner Bar versacken. Ausschlafen, was bei Morningshow heißt bis 8, wenn es gut läuft. Und dann ganz langsam aufstehen mit Musik, ein bisschen Wellness, vielleicht baden, duschen, ein bisschen durch die Gegend tanzen. Und dann frühstücken gehen. Ganz entspannt und zwar so lange, bis das Café zumacht und dann spazieren gehen. Frühschoppen mit Kumpels, Stadion gehen, VfB gewinnen, sehen zwei, drei Bierchen hinten raus und noch einen Döner reinkloppen um halb zwölf. Super. Das ist ein guter Samstag. Der perfekte Samstag ist ausschlafen, aber nicht so ultralange, so bis 10 Uhr. Trainieren gehen, duschen gehen, so ein bisschen ready machen für den Tag mit einer echt großen Tasse Kaffee. Und dann vielleicht auf den Markt gehen oder Einkäufe erledigen, so Samstags-Orga-Haushaltskram. Was Gutes essen und abends mit Freunden und Partner irgendwie was Schönes, Gemütliches machen. Military Tasse Kaffee